Mahlzeit Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Wir sind hier stehen geblieben in der letzten Folge und zwar haben wir uns einen richtig geilen Revolver gemacht zu sehen in der letzten Folge. Story ist 15% abgeschlossen, das finde ich sehr geil, dass das hier, sehe ich jetzt gerade erst, dass das hier separat angezeigt wird, weil wenn ich speichere, glaube ich, wird mir eine höhere prozentuale Anzahl angezeigt, das heißt aber, dass dort einfach nur sämtlicher Spielfortschritt mit inbegriffen ist. Das ist geil, die Story ist erst 15% durch. Soweit, so gut. Unser Pferd möchte mal gestriegelt werden, habe ich das Gefühl. Dutch, grüßen. Ein friedlicher Zeitverteiler. Jose. Wunderbar. 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 Und sie wollen nicht mehr als wir, wie wir. Wir sind schützt. Wir sind besser als sie. Wir sind schützt, als sie. Nur die Schmerzestein der Menschen machten die Arbeit in der Regierung. Ich hoffe, das. Entstehen, Herr Morgan. Du musst... Sie haben Micah! Dutch! Arthur! Was ist passiert? Sie haben Micah. Er wurde für eine Verbeinung getötet. Er war in Strawberry... Es ist okay, son. Breathe! Sie haben mich fast verletzt. Sie haben Micah und die Sheriff in Strawberry. Und es ist Talker zu verletzen. Hier ist es offen. Arthur! Was? Der Schauber hat das selbst genommen. Du kennst meine Gefühle über ihn, Dutch. Du denkst, dass ich ihn nicht sehen kann? Er ist ein guter Mann. Nein! Ich habe keine Gefühle über ihn. Ich kann nicht gehen. Mein Gesicht wird all over, Westelisabeth. Ich sage. Er würde das für dich machen. Ich glaube nicht, er würde. Aber... Okay. Arthur. Du bist okay, Lenny? Ja. Natürlich bin ich okay. Du bist nicht okay. Du holst diesen Kind in der Stadt. Ballentine, nicht Strawberry. Du hast ihn getötet. Und Arthur? Okay. Kein verrückter Business. Ich habe das gebetet. Und du holst mich aus diesem Köln. Geh ihn getötet. Ehrlich jetzt? Komm schon, Son. Ich werde es zu kommen, Dutch. Ich kann nur alles verletzen. Ja, lol. Okay, Frau. Schnellreise ist quasi nicht gestattet. Deswegen reiten wir zum Saloon. Wir machen das nicht mit der Kinokamera. Weil wir in der letzten Folge gesehen haben, was da passiert. Kann man sich leider nicht drauf verlassen. So, ich mache einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich. Alles klar. Wir sind am Start. So, Pferd anbinden. Er bindet sein Pferd da an. Auch nicht schlecht. Begib dich zum Tresen. Ja, dann wollen wir mal hier rein, oder was? Ist ja witzig. Ist ja richtig voll hier, Mann. Yo, 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 yo. Was geht ab, boys? So, an die Bar lehnen. Ja, alles klar. Wir trinken dann mal einen, oder was? Ja, alles klar. Wir trinken dann mal einen, oder was? Wir schmeicheln ihn. Wir schmeicheln ihn. Er ist ein bisschen betrunken, ne? Wir machen keinen Ärger. Uh. Ah. Hm. Blackout. Wo ist Lenny? Fremde Person. Okay, wow. Wir sind ja mega. Mega im Arsch. Wo ist Lenny? Da müssen wir mal hier ein bisschen hochstazieren. Hallo. Wir haben eine Person. Okay. Da hinten steht er doch, der alte Typ. Was macht er denn da? Was macht er da? Ist er doof? Da hinten steht er doch. Ja. Aber er ist ja her. Wie ist denn das? Ja. Das ist das. Ja. 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 Lenny! Oh shit! Kneipen! Was? Okay, ich pisse. Äh, was geht? Wo ist mein... Wow, der ist echt klein! Man sieht ihn nicht. Junge, Junge. Guck mal, einen dicken Strahl gerissen hier. Huh, und jetzt? Äh, andere Sicht geht grad nicht. Ich finde Lenny im Saloon. Boah! Lenny! Wo ist Lenny? Lenny! Ist das Lenny? Bist du Lenny? Lenny! Wo bist du jetzt? Lenny? Wo bist du Lenny? Wie viele hast du, Lenny? Oh! Das ist wahrlich Lenny! Die sehen anscheinend alle aus wie Lenny! Jeder sieht aus wie Lenny! Sogar die Frau sieht aus wie Lenny! Das... Das... ist echt... krass! Die sehen echt alle aus wie er! Ja... Ach, guck mal, dort steht noch nicht mal Lenny, sondern... Nenny! Vielleicht soll ich mich erstmal hinsetzen, ey! Ja, ey! Lol! Toll! Haha! Ich habe dich gefunden, Lenny! Haha! Ich bin Clyde! Du hast den falschen Mann! Scheiße! Wie muss ich den jetzt hier echt unters... Jeden ansprechen? Der hier ist draußen... Okay! Das ist natürlich jetzt... Ich muss ihn identifizieren! Lenny! Lenny! What are you talking about? Entschuldigung! Bist du Lenny? Okay, das kann ja jetzt echt nur... Kann jetzt ein bisschen dauern, ne? Okay, ich muss einfach nur rausfinden, wo Lenny ist! Aber das ist doch Lenny! Oh damn it Lenny, stopp'n fumpin' off on me! What? I ain't Lenny! Ist er Lenny? Lenny? Nein? Du? Okay... Auch nicht... Er ist es auch nicht... Er sieht irgendwie aus wie Kanye West... Ist er an der Theke? Lenny? Wo ist Lenny? Oh. Hi, Lenny. Muss ich ihn ohrfeigen? Ich muss ihn auch ohrfeigen. Okay. Du bist ein guter Freund für mich, ohrfe? Cheers. Cheers. Not you again. Scheiße. Ich will ihn aber nicht ertränken. Ich will ihn nicht ertränken. Alter, was geht? Das ist ja nicht mal ein Saufgelage, ey. Yo. Speifrei seit 03, oder was? Oh, shit. Oh, ich bin ein bisschen besoffen. Scheiße. Und jetzt? Anhalten. Ich bin ein Amerikaner? Was war das denn? Junge. Was? Und jetzt ist der Boy weg, oder was? Jetzt haben sie einen Boy gekriegt. Wir wollten doch nur einen saufen gehen. Oh, was ist das für eine komische... Okay. Mein Hut ist weg. Mein Hut. Oh, dieser Revolver, ne? Hä? Warum ist denn der da Silber? Ich hab den doch komplett Gold gemacht. Schon wieder was, was ich scheiße finde. Geil. Zeig mal. Okay. Mission abgeschlossen. Ein friedlicher Zeitvertreib. Die Knarre ist Silber. Ich hab die Gold gemacht. Ich hab Geld dafür ausgegeben, dass die Gold ist. Und die ist jetzt nicht Gold. Voll die Scheiße. Oh, ich bin dehydriert, oder was? Echt. Also, manche Sachen sind hier echt absolut beschissen. Einfach nur beschissen. Irgendwas, was ich nur mit ausdauere. Ja, hier vielleicht. Dieser Brandy, oder was das ist. Ähm, ich werd's mir bis zum Anfang der nächsten Folge einfach überlegen, Friends. Vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet gerne den Part. Lasst mir ein kleines Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne. Tschüss.